Hallo, willkommen zu diesem Video. Eine kurze Frage meinerseits und zwar wie funktioniert bei euch die Abo-Funktion? Funktioniert das gut oder schlecht? Weil bei mir ist es so, ich habe jetzt mir das Wochenende nicht reingeschaut, habe hier 39 stehen. Gut, hier habe ich jetzt einige, jetzt kann ich hier runter scrollen. Das sind auch tatsächlich einige, aber es sind nur ungefähr 25 oder 23 oder so, also es sind nicht über 30. Es gibt hier kein Mehrladen und es gibt keine Ladeanzeige, die mir andeutet, dass es mehr laden würde. Ich kann hier auch nicht wirklich draufklicken. Ich könnte auf alle Aktivitäten gehen, aber dann kriege ich jeden Schmoren von jedem. Also gehe ich wieder auf nur Videos und Moment, ist das gerade noch dazu gekommen? Die zwei sind sogar schon wieder neu. Gehe ich hier nach unten. Jetzt ist zwar hier der 39er weg, aber ich habe jetzt recht, wieder nicht alle Videos hier. Und dann wundert es mich nicht, warum Leute mal schreiben, ich habe deine letzten Videos gar nicht gesehen oder so. Ich meine, die meinen das im positiven Sinne zu mir, weil sie mir halt sagen, hey, da funktioniert was nicht. Ich merke selber, dass was nicht funktioniert, weil ich die Leute ja eigentlich sehen möchte. Also vielleicht nicht alle, aber die meisten habe ich halt abonniert, weil ich sie gar sehen möchte. Und ja, jetzt weiß ich nicht. Das gibt irgendwie, früher gab es noch, glaube ich, Slash-Abos oder so. Die Seite gibt es natürlich nicht mehr. Und ja, jetzt weiß ich halt nicht, wie ich irgendwie da zu den Videos komme, die ich gerne sehen möchte. Eigentlich auch soweit egal. Vielleicht habt ihr noch eine Idee oder einen Trick, wie man den Link hier im Browser noch editieren kann, oder wo man da hingehen kann. Man kann die einzelnen Leute hier durchklicken, aber das mache ich nicht, weil das ist mir zu viel Arbeit. Weil ihr seht schon, hier sind so viele einzelne Zahlen überall und bis ich die alle durch habe und dann welches Video ich noch nicht gesehen habe und so weiter, das tue ich mir gar nicht an. Dann wollte ich einfach mal euch fragen, ob ihr irgendeine Idee habt oder so. Und ja, sonst bis zum nächsten Mal.